Der ist aber ganz schnell! Ooooooh! Wir haben schon einen Räden gefahren? Nicht, für einen Moment. Nichts, dass wir Angst haben, um die Bomben zu schrauben, um die Pusher zu schrauben. Diese Räden kann es nehmen. Jetzt bust den Mann ab. Ja, dass ich Rennspiele nicht unbedingt so favoritisiert habe bis jetzt, das könnte sich mit diesem Spiel ändern, liegt unter anderem, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, an meinen nicht vorhandenen Fahrerskill, nur noch zwei Minuten, oh mein Gott, was ich noch weniger kann als Autorenn fahren, ist Auto-Offroad-Rennen fahren. Komm her, hau doch nie gleich ab, Kumpel-Kumpel-Kumpel, dreht der jetzt einfach um, oder was? Schweinerei. Da dachte ich gerade, jetzt hast du ihn gleich, jetzt hast du ihn gleich, und dann? Jetzt, 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 aber, nein, jetzt, jetzt, komm her. Ja, der Kumpel ist echt verdammt schnell. Oh, Peppa, knapp. Boom, 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 boom. Haus! Fahrrad? Ja, ich mache ja schon. Nun bleibt doch mal locker. Wir müssen das ja spannend machen hier. Jetzt, komm her. Wie, das hat nicht gereicht? Oh, nö. Jetzt, aber, jetzt, aber, jetzt, aber. Komm, jetzt, Gas, 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 Gas. Ich will dich noch mal. Na gut, ich muss halt noch mal. Ja, komm her, es gibt Movie, ne? Geh ne Zeit. Ja, ich will dich noch mal. Was ist der Höring? Hörer, das muss ich noch mal. Dieser Typ ist es bestens, nicht zu spüren. Du fühlst mich? Ja, ein bisschen Zeit ziehen hier durch fremde Gärten. Oh, ein bisschen überschlagen, nebenbei offen. Nö. Nicht, für einen Moment. Habt ihr Angst, dass wir die Bumpte fangen, die Bumpte fangen? Diese Rheer kann es, jetzt, jetzt, die Bumpte. Fliegende Bänke! Ja, alles geplant. Ich bin real-life Stunt-Fahrer. Ich mach gerne mal einen Kickflip mit meinem Auto. Jetzt komm her! Du feiger Hund! Oh, dann ja! Och, Mann ey! Okay, also für so eine Fangspiele bin ich echt nicht gemacht. Man sieht vielleicht. Hä? Hä? Auch das war geplant? Nice. Ein Treffer kann reichen, wenn man es richtig macht. Wir sind fertig? Ja, er hat definitiv die Message. Nice. Nice. Lauf! Wie fährt er denn mit meinem Auto? Ja. 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 Wie fährt er denn mit meinem Auto? Ja. 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 Ja, ja, ich, ich fahr nur zur Arbeit. Ich mach keine illegalen Sachen. Ich fahr auch niemals zu schnell. Was? Ich dachte, die verfolgen mich jetzt. Na gut, dann halt nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Dann spiel ich alleine mit mir. Ich fahre, ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Dann haben wir doch unsere Verfolgungsjagd. Ha, seht ihr? Hab ihr euch dann auch hier gekriegt? Kumpels, nix hier auf die faule Haut liegen. Och, lass den mal machen. Ja, könnt da knicken. Gute, ne? Die größte KC-U, die mehr der Chase droht. Wenn du in den Zivillen kreierst, und die Sachen in frontieren, dann wird das Herz auf dich bringen. Got das? Got it, got it. Target location. Back at him. What did you do? Wie? Das war's? Ach, Jungen. Da hätte ich ja jetzt mehr erwartet hier, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Bonus-Breaking. Rotrug. Ich glaube, da wurde ich gerade im Hintergrund schon wieder angeschrieben. Was denn los? All right, Joe. Good job. I'll hold you one. Naja. Passiert. Anything to report? Just save Troy from a stretching jail. Same old, same old. I'll pick him up when you've got your ink. Stay on mission. So, you're Troy's new driver, huh? Looking for that 510 ink? Who's this? Your replacement. Unless you beat me on the track. The location's on your map. Da sind schon wieder die Kumpels. Was? Hab' ich? Hallo? Police Watch? Was heißt denn jetzt Police Watch? Car-Dealer. Na, da wollen wir doch nochmal hingucken, was der hier so sneaky hat, ne? Ist doch irgendwie jetzt das gleiche, was der andere auch? Ne, der hat ein bisschen was mehr. Ach so, okay. Oh, Shelby GT. Oh, Shelby GT. Impala. Volkswagen. Golf GT. Ja, den haben wir schon. Chrysler. Ja, und das sind ja die von vorhin hier. Okay, wir haben jetzt ohnehin nicht genügend Geld, um irgendein Auto zu kaufen. Oh, kaufen. Ja, 81.000 für den Golf. Hm. Na gut. Dann werden wir wohl vorerst bei unserem Nissan bleiben müssen. Schade, ich dachte, ich kann jetzt nochmal ein bisschen ein anderes Auto hier spielen. Fahren. Wir spielen nicht. Wir fahren. Wir sind knallhart. Wir racen. Wir fahren nicht. Wir racen. Slater. Genau. Wir fahren nicht und wollen nutzen. Schade, ich fahre. Welche zuśniejERS aver den meinen 언니eren interessiert. Ich bin dran, 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 ich bin dran. Solo. In the Drag Race? War das nicht damals bei Need for Speed, dieses Gas geben und schalten? Oh mein Gott. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, und ich muss einen Mann nach St. Louis senden. Winner bekommt eine Promotion, Loser nimmt es als Leben und das Argument ist vorbei. Winner hier nimmt einen Schritt nach der Hinkie. Okay, hier scheint jetzt nichts mit Schalten zu sein. Das war ja schon wieder easy. Ja, ne, mit meinen fahrerischen Skills wie gelegt auch verlieren. Level 5. Level 5. All car levels increased by 24. One perk point earned. Returning to free drive. Good work. Now listen, I own Detroit. No question about that, so I'm branching out. Head down to St. Louis. I got some things I need you to do. Auch ein schönes Auto. Hätt ich gern. So, als 5 Wagen. So, wie geht's? Good. Troy is moving on St. Louis. And I am his weapon of choice. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh. And be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. I'll be in touch. See-Cutscene? See-Cutscene? Habe ich die ganze Zeit schon gefragt, was das hier für Teile sind. Okay. Man kann es sich angucken. Sehen die mich jetzt, wenn ich hier vorbeifahre? Ja. 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 Ja, ich habe so das Gefühl, so langsam habe ich mein Fahrzeug Ja, die meisten unter euch, wollte ich gerade sagen, werden sich jetzt denken, so ein Kacken, der hat das Auto unter Kontrolle Wo kommt der denn rausgekrochen? Ist mir egal, mir macht Spaß, so, ab da davon, ja, mir macht Spaß So, ein bisschen auf der Landstraße spazieren fahren Muss man ja auch mal gemacht haben So, fahren wir mal hier lang Ein bisschen Offroad ohne Offroad-Auto Oh, da bin ich cooler Das ist jetzt aber irgendwie die falsche Richtung, habe ich so das Gefühl Nee, da geht es auch noch lange, okay Fährst du quer siehst du mehr Oh, Zaun Zaun Nehmen wir mal eine kleine Abkürzung Wir sehen zwar überhaupt nichts Aber wir fahren mal hier lang Wie sieht es eigentlich hier Oh Ich habe ja meine Outdoor-Age jammert Ah, nicht schlimm, gleich nochmal Komm ihr okay Ah, ich habe ja Sonst liegt mir komplett Ich bin ein Zug! Ich bin ein Gleist! Oh, viel zu viele Bäume, viel zu viele Bäume, viel zu viele Bäume! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah, Baum, Baum, Baum! Oh mein Gott, ich soll jetzt schnell fahren und an der Polizei vorbei? Egal, komm, tun wir's einfach mal. Hä? Macht die hier gar nichts? Okay, das war's dann wohl mit unserem Chord. Oder hat die Polizei jetzt nichts gemacht, weil ich in dieser Mission war, oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Oh, schön! Hi, wir haben Revolution. Ich werde gern. Ich werde façoijungen. Oh, Hallo, komm, инструмент! Oh,ициers! Hatte ich nicht vorhin irgendwas von der Abkürzung gesagt? Ich habe mir das Gefühl, wir tun hier gerade alles andere als abkürzen. Aber egal, so sieht man mal ein bisschen was. Oh, äh. Okay. Ja. Ja, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Guck mal, schön hier ein bisschen durchs Ostriegebiet. Oh, Bäume, 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 Bäume. Ah, Baum, noch ein Baum, noch ein Baum, noch ein Baum. Ja. Da ist schon eine Strasse. Warum nehmen wir denn nicht die? Wir sind doch bestimmt ein bisschen zackiger unterwegs hier, oder? Ja, Polizei hier scheint ja generell nichts zu machen, dann gebe ich doch mal Gas! Oh, ich glaube jetzt... Oh... Verstehe ich jetzt nicht, sind die jetzt hinter mir her, oder nicht? Hä? Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Du musst alle Teile in Midrace finden, um diesen Kit-Kan zu finden. Ah... Ach so... Das heißt, wenn ich 20 Teile gefunden habe, gehört dieses Auto mir. Ja, nice. Jetzt müsste man nur noch die Teile finden. So, jetzt muss ich mal in die Karte gucken. Ist das die Mission, wo ich die ganze Zeit hinfahre? Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe es. Noch mal schnell den Wegpunkt gesetzt. Damit wir jetzt auch irgendwann mal dorthin finden. Okay. Ich habe es mir fast gedacht. Wieso denn jetzt rot? Jetzt zeig ich da gleich wieder Wrong Way. Okay. Komisches Navi. Ach so, der bringt mich jetzt erst auf die richtige Strecke. Das kann natürlich auch sein. Oh... Ich will sie nicht überlegen. Ich will sie nicht überlegen. Ich will sie nicht überlegen. Und damit sie nicht überlegen. Ich mache auch euren Gartenzaunen platt. Ich habe ja gerade noch etwas besser zu tun hier auf dem Weg. NIE! Ahhhh! Gass, 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 weg hier, weg, weg! Oh nö! Kann ich jetzt an denen vorbei fahren, oder? Haben sie mich dann? Ich bleibe mal lieber vorsichtig... Da muss ich euch jetzt mal kurz um Gedeut bitten. Aber ich habe jetzt echt keine Lust gerade von der Polizei verfolgt zu werden so kurz vor dem Ziel. Okay, so viel Geduld habe ich dann auch nicht. Ja, ja, Wong Wray, ja, halt die Klappe. Ach, das gibt es auch nicht. Ja, jetzt fährt er auch noch genau da lang. So, jetzt ist das wieder weg, kann ich jetzt einfach von hier vorbeifahren? Ich hoffe, ich mache es jetzt einfach. Okay, so weit war der Weg doch gar nicht auf der Karte. Das ist eine Autobahn, ich darf das. Ja, ich wollte schon sagen. Oh, 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 oh. Kannst du auch übertreiben? Ich muss spenden hier auf der Straße dringen. Was? Ja, kleine Stadtrundfahrt. Ist ja auch immer was schönes, oder? Fahren wir halt alle gemeinsam mal etwas durch die Stadt. Oh nice, das fällt mir jetzt erst auf Sinn. In diesem Spiel ausnahmsweise mal andere Fahrzeuge auch echter mag. Tatsache, da steht Vordruck. Ach, ist schon wieder Gas geben hier, oder? Nee. Jump into the Landing Zone. Ach, nö, nicht jetzt. Hier lang? Ja, da saß ein Käfer auf der Tür. Den musste ich mal kurz entfernen. Ja. 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 Die Zähne sind noch etwas buggy. Ja, das ruckelt ein bisschen und... Ach du Scheiße. Was, was denn du? Geh nach ihr! Ja. 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 Ich fahr dran vorbei. Ja. So funktioniert das. Ja. 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 Es ist nicht so wie das. Ich versuche, dir zu helfen. Oh, willst du mir helfen? Dann geh die Hilfe zurück in Detroit! Geh auf meine Hände! Aber mich mag es! Ja, da ist das erste elektronische Upgrade für mein Fahrzeug. Finde ich ja sehr nice. Hier, ihr bauen mal ein das Ding. Jetzt bin ich auch nicht gespannt, ob das was bringt. Oh, da es gab ein paar mehr Erfahrungspunkte diesmal. Hey, Zoe! Wir müssen diese Mädchen aus der Stadt, bevor sie Troy findet. Okay, bleib' ihn beschäftigt, während ich es durch. Aber natürlich. So, mal ne Runde tanken. Und während wir tanken, möchte ich mich von euch verabschieden. Also, mir hat Spaß gemacht. Wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht so der Rennspielexperte bin, es macht wirklich Spaß. Die Steuerung kommt Anfang sehr leicht rüber. Wenn man dann etwas schneller fährt, ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Liegt glaube ich daran, dass die ganze Physics Engine etwas realistischer gehalten ist, was dieses Aufbauschen in Kurven angeht. Wenn man zu schnell gegenlenkt oder sowas. Wenn man das falsche Fahrwerk drin hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau einschätzen. Ähm... Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Originalspiel, das fertige Spiel angehen wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung helfen, ob euch das Spiel nun gefallen soll oder nicht. Wenn es euch gefällt, kauft es euch. Ich werde es tun. Wenn nicht, naja, dann halt nicht. Ja, bis dahin. Tschüss.